Herzlich Willkommen im Autohaus Wiesmann Und denken Sie auf an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.